So, Bikepark Königsberg, Austrian Series, erste Runde mit dem Sigi Zellner. Schauen wir uns mal die Strecke an. Ladies first! Runter von der Startrampen und natürlich gleich mal sauberne Upcamper-Kurve. Das ist der Sigi Klassischer. Wir haben uns auch noch mal dranbleiben können, weil der Hund hat schon wieder einen Speed drauf, dass alles jetzt spät ist. Jawohl, jetzt kommt der Schnee, ich strecke da, dass man wirklich wissen. Springer. Und abziehen. Man muss ein wenig warten, auf wie das hilft. So, ein bisschen Upcamper wieder. Das ist ja gar nicht so einfach. Einfach da. Ziemlich wurzlig. Ich treu mit einem Schwamm im Reden. Jetzt sind wir noch mit dem Drifter hin. So, wir sind eh schon fast da unten. Wir können quasi den Zielbereich rein, ob wir ein bisschen geprunkt. So, das ist immer die offizielle Strecke, der Bauna. Jawoll, das war es eh schon. So, da war der schon bei mir. Ich habe das Gefühl verdient. Jawoll.